Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Bad Wars auf dem Revi-Server und dabei ist der liebe Lucas Ruf, der wird aber übrigens nicht sprechen in dem Video, ja. Ja, wie schon gesagt, wir zocken heute, äh, Bad Wars, ja, auf Revi mal, weil ich wollte einfach mal einen neuen Server machen und mal gucken, wie das da so abgeht, äh, die Map war, ist jetzt die, ich rede schon wieder richtig auseinander, die Map heißt, äh, Platzangst, äh, ja, das sieht man auf jeden Fall. Ich war am Anfang erstmal richtig irritiert, äh, übrigens ganz so zu dem von euch, ich bin am Nachkommentieren, deswegen sagt der liebe Lucas Ruf, heißt der glaube ich, äh, auch nichts, beziehungsweise, nicht auch, wir sagen noch nichts, ich meine, deswegen sagt der liebe Lucas Ruf nichts, äh, beziehungsweise er wollte ja eigentlich auch nicht, also er wollte ja eigentlich auch nicht so wirklich mitkommentieren, ähm, ja. Ja, äh, die Folge wollte ich übrigens nicht so langweilig, ihr habt es ja schon gesehen, die geht nur 5 Minuten, das liegt daran, dass heute, äh, Clash Royale auf den Markt kam, also für N-World die Soft Edition und die habe ich mir direkt geholt. Ja, deswegen nur eine kurze Folge, besser als gar nichts, wollte eigentlich gar keine Marco-Folge bringen, aber, naja, habe ich mich doch dazu entschieden, eigentlich wollte ich den ganzen Tag Clash Royale zocken, hä, ja gut, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt einmal hier, ähm, einen Knüppel, eine Schwitzhacke gegönnt, äh, bin dann erstmal, äh, langsam in die Mitte gelaufen mit halt nicht so viel Equipment, ja, habt dann hier gesehen, dass hier ein bisschen Eisen liegt, äh, drei waren es an der Zahl, bin dann wieder zurückgejoggt und nochmal zum Dealer gegangen und hab mir da jetzt nochmal, äh, bessere Sachen gegönnt als eine Rüstung halt. Zack, da ist der Dealer. Also, es war halt erstmal eine starke Umgewöhnung auf einem anderen Server als Gomme, weil früher habe ich mal Gomme, Bad Wars gezockt, jetzt hier auf diesem Revi-Server Bad Wars zu zocken, das war eine extreme Umgewöhnung, weil die Sachen craften, weil alles ein bisschen anders und so, naja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier mit ein bisschen Rüstung gemacht, noch ein paar Steine und, ja, dann bin ich losgerannt, da seht ihr nochmal, da war der liebe Lukas Ruf, 14 Grüße an dich, wenn du gerade zuschaust. Ja, äh, ich muss mal ganz kleine Geschichte erzählen, zwar wollte der liebe Lukas schon, äh, seit ganz vielen Wochen, schreibt nämlich mal an, ja, können wir dann und dann aufnehmen. Ich habe immer, also, nee, nicht aufnehmen, sondern zocken, nur zocken wollte er. Ich habe immer geschrieben, ja, machen wir, dann habe ich wieder nicht, das ist mir richtig unangenehm langsam gewesen, weil er immer auch zocken wollte, ich habe auch ja gesagt, dann war ich am Ende wieder nicht da oder so, es tut mir extrem leid nochmal an dich, habe ich jetzt noch gar nicht so gesagt, aber tut mir echt leid. Äh, deswegen dachte ich als Entschädigung, äh, nehme ich mit dir einfach mal eine Folge auf und, ja, leider haben wir jetzt auch nur diese kleinen 5 Minuten gezockt zusammen, äh, müssen wir auf jeden Fall wieder, äh, länger machen, lieber Lukas, ja. So, jetzt habe ich mir wieder nur ein Schwert gegönnt, dachte mal, machen wir einen kleinen Risikoangriff in die Mitte, damit ihr auch einen nicen Kampf nochmal seht hier, nicht, dass ich mir die ganze Zeit was kräfte und dann direkt wieder sterbe, dann gehe ich erstmal mit wenig Sachen lieber rein und versuche damit einfach mal was zu reißen. Ja, hab den kleinen, äh, Minecraft-Bauarbeiter hier, ne, den, äh, den Spieler aus meinem Team habe ich gerade ein bisschen blockiert. Okay, jetzt geht's da runter, äh, die sind halt zu dem Team gelaufen, war jetzt eine dumme Entscheidung von mir eigentlich hier lang zu laufen, weil, warum bin ich nicht mit meinem Team gelaufen, na gut. Ja, dann habe ich hier mit ihm gekämpft, bam, bam, habe ich so richtig gut gegeben, hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil er gemeint hat, er wird jetzt sterben, rennt zurück, da kam ein anderer Kollege und dann sind sie beide auf mich, da bin ich runtergefallen, also ich muss tatsächlich mich selber loben. Da habe ich mich schon ziemlich gut gewehrt, Leute, da könnt ihr mir nicht unterstellen, da habe ich echt schon gut drauf gehauen, war dann tot, hab mir dann hier, äh, beim Dealer wieder ein paar Sachen gecraftet, ja, zack, ja, dann kam auf einmal das Gegner-Team, habe ich noch gar nicht übersehen, dann habe ich das Team gesehen und dann, zack, dein Bett war, ist abzerstört, ich fiel runter und wurde getötet, ja. Wie gesagt, es ist eine extrem kurze Runde, aber ich dachte mir halt, wie gesagt, besser als gar nichts, so, da habe ich noch ein bisschen zugeschaut, äh, meinem Team und, ja, beziehungsweise auch dem lieben Lukas habe ich gleich auch noch zugeschaut. Ja, war halt, war halt echt eine kurze Runde, aber ich habe jetzt einfach auch keine Zeit mehr länger aufzunehmen, muss ich echt zugeben, also, ja. Ha, der Typ da, guck mal, der Typ da, habt ihr gerade gesehen, der hatte einen, äh, Sturmwaffel und einen, äh, GLP-Skin, also beides so halbe, halbe, halbe. So, jetzt habe ich ja den Lukas mir rausgesucht, äh, wusste noch nicht sicher, wie der heißt, dachte erst, das wäre, ähm, er hieß, hier, warte, er hieß, de, Crafter irgendwas, kam wieder zu Hause, auf jeden Fall, ich dachte, das wäre er. Hab nur gesagt, das ist falsch, ich bin nur mal auf den Kompass gegangen und hab zu dem richtigen gewechselt, hier. So, dem haben wir jetzt noch kurz zugeschaut, äh, er hat versucht, das, äh, ein Bett abzubauen, ist sogar ganz gut durchgerannt, da kamen hier aber sehr viele Gegner, das war echt schwer. Hat trotzdem noch verdammt gut Schaden gemacht, hat dann Blöcke gemacht, sind über die gesprungen, wollte dann eigentlich da zum Bett springen, aber ist leider durch die Lücke runtergefallen. Joa, das war die Folge, drückt auf jeden Fall einen Daumen von oben, es tut mir echt leid, dass es eine kurze Folge war, aber ja, ich musste Clash Royale zocken, ciao.